Guten Tag und herzlich Willkommen in der Gesundheitswelt Filma. Mein Name ist Peter Köster und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu Ihrem fünfföchigen Gesundheitsprojekt. Dieses Gesundheitsprogramm richtet sich vor allem an Menschen mit Übergewicht, an Menschen, die Probleme haben mit Rückenschmerzen oder mit Nackenverspannungen, an Menschen, die an Arthrose leiden oder auch an Patienten, die bereits ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk haben. Bei diesem Gesundheitsprojekt beginnen wir zunächst einmal mit einer ausführlichen sportwissenschaftlichen Diagnostik. Diese umfasst als allererstes einmal die Körperzusammensatzungsanalyse, in der wir das Verhältnis von Körperfett zu Körpermuskulatur bestimmen. Als nächsten Schritt gehen wir dann an den sogenannten Dr. Wolf Backcheck, an dem wir dann auch die wichtigsten Muskelgruppen einmal durchmessen und uns die Kraftverhältnisse anschauen. Nach dieser durchgeführten Diagnostik gehen wir an dieses Chipkartengesteuerte Miel- und Trainingssystem. Dieses Miel- und Trainingssystem speichert im Grunde die wichtigsten Trainingsparameter, wie zum Beispiel Trainingsgewicht, Sitzhöhe, aber auch Bewegungsamplitude. Bereits nach fünf Wochen werden Sie merken, wie Sie fitter und stärker werden. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald in der Gesundheitswelt hier begrüßen zu dürfen. Ihr Peter Köster Bein See you after. ¶¶ ≫ ≫ ≫ 0 ≫ Untertitelung des ZDF, 2020